So, und da bin ich wieder. Habe ich das Mikro an? Ja, habe ich. Gut, ähm, wir haben ja jetzt schon einiges erlebt. Ich war gerade ein bisschen was essen, habe ein bisschen was gelesen, mich ein bisschen entspannt und jetzt bin ich wieder hier. Ähm, wir sind jetzt am Flughafen, weil wir unsere Freundin, Annie heißt sie, glaube ich, ähm, besuchen wollen. Wo nochmal, genau? Das steht auf der Postkarte. Waikiki. Ja, das hatten wir ja schon. Ähm, in Waikiki, auf Waikiki, wie auch immer. Ja. Ähm, Fluginformationen. Wir schauen uns jetzt mal hier am Flughafen ein wenig um. Ein Serviceheftchen der American Airline. Mensch, toll. Nimm doch mit. Ich kenne die Services der Airline schon auswendig. Glaub mir, ich brauche es nicht. In Ordnung. Eine ausführliche Flugübersicht inklusive Unfall, Absturz und Sterbequote. Mensch, toll. Guck dir doch mal genau an. Dann halt eben nicht. Kissen. Schau das Kissen an. Ein flauschig weiches Kissen. Nimm das Kissen. Boah, ich wollte schon sagen, der holt das jetzt mit, ey. Kann doch nicht einfach Sachen klauen. Eine Kassette. Schauen wir uns die erst mal an. Ich wüsste gerne, wie viele Kunden dort schon einen Bandscheibenvorfall erlitten haben. Ach, ups, das ist falsch angeklickt. Ich wollte gerade schon sagen, hm. Oh, eine Kassette. Hm, das hätte man sich jetzt ja auch sparen können. Nimm die Kassette. Oh, eine Kassette. So, Sitzkissen, Sitzgruppe. Ticketmaschine, Sitzgruppe. Geh jetzt zu Ausblick. Schau an, ein Ausblick. Wow, die Skyline von San Francisco ist wirklich imposant. Ich will auch mal nach San Francisco. War jemand von euch schon mal in San Francisco? Es lohnt sich bestimmt dahin zu fliegen, oder? Blockhafen wird der National Infiltrator verkauft. Leider sind die Verkaufszahlen in den letzten Wochen stark rückläufig. Der Automat ist defekt und wir können uns den Techniker nicht leisten. Uhu. Benutzer. Der Automat ist defekt und wir können uns den Techniker nicht leisten. Okay, alles klar. Gut, ähm, was ich gar nicht gesagt habe, diese zwei jungen Ladies, die hier diese, ähm, diese beiden, die diese, wie hat er das genannt? Nuss Hope, oder was ist das? Auf jeden Fall, ähm, sind die beiden und die Annie und er zusammen das Team gewesen, das in dem Spiel von 1988 die Welt gerettet hat. Und, ja, so ist das nämlich. Ich habe mich nämlich ein bisschen informiert, bevor ich angefangen habe, das hier jetzt zu spielen. Und das habe ich ganz vergessen zu sagen. Echt toll. Bei diesem vollautomatischen Drano Ticketmaster 3000 muss man lediglich einen Zielort wählen und dann seine Cashcard einführen. Vorbei sind die Zeiten, wo man sich mit unfreundlichem Personal herumschlagen musste. Besonders in Amerika. Mhm. Eigentlich will ich es ja nicht verallgemeinern, aber die sind nicht ohne. Ähm, benutze. Ähm, Honolulu ist einfach im Nirgendwo, oder was? Wieso haben wir so viel Geld? Ich dachte, wir wären pleite. 11.922. Dollar, hallo? Bye. Wahrscheinlich wird die jetzt nicht angenommen, oder so. Ich will auch nach Honolulu. Voll der Stalker, dass die die jetzt verfolgt. Äh. Schau an. Mein Flugticket nach Honolulu. Yay, auf geht's. Auch wenn das so einfach wäre, ne? Einfach jetzt hier durchs Terminal, durch das Gate. Ähm. Öffnen? Sie öffnet sich ganz automatisch. Cool. Wenige Minuten später. Flughafen San Francisco, 19.35 Uhr. Guten Tag, mein Herr. Herzlich willkommen bei DVT. Bitte folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu Ihrem Platz. Sehr nett, danke. Was hat der denn für ein Service? So, bitte Platz nehmen und Ruhe bewahren. Es geht gleich los. Oh, wie cool gemalt. Hier der Bayer. Oh, ich kann gar nichts zeigen. Ganz links auf dem Set. Flug nach Honolulu. 20.35 Uhr. Hallo, der ist in der ersten Klasse. Hallo, Miss. Ich hätte gerne einen Kaffee. Das glaube ich gern, aber haben Sie sich mal Ihr Ticket angeschaut? Was ist damit? Sie haben einen dritte Klasse Billigflug gebucht. Sie gehören wohl zu den Leuten, die meinen, dass Sie alles umsonst bekämen? Hören Sie, alles was ich möchte ist ein Kaffee. Schon klar. Und als nächstes wollen Sie vermutlich die Schwimmweste mit nach Hause nehmen? In der Tat. Die könnte nützlich sein. Schluss jetzt. Es gibt keinen Kaffee. Boah, wie unfreundlich. Ich liebe diesen Beruf. Das mit dem Kaffee ist eine riesengroße Kaffee. Das mit dem Kaffee ist eine riesengroße Sauerei. Ähm, irgendwie werde ich mir meinen Kaffee schon organisieren. Was? Die wären doch nie so unfreundlich. Besonders, der sitzt ganz vorne. Vielleicht finde ich ja gleichzeitig eine Möglichkeit, der blöden Stewardes eine Lektion zu erteilen. Hm, mal überlegen. Ich brauche einen Plan. Hey, vielleicht könnte ich die Fenster verdunkeln, mich als Gespinst verkleiden. Und ihr so einen gewaltigen Schreck einjagen. Ja, das ist es. Ein unglafender Plan. Also wenn das nicht klappt, ne? Dann weiß ich auch nicht weiter. Ähm. Fluggast. Hallo. Hallo, Oma. Wie geht es Ihnen? Mutter, dein verlorener Sohn ist zurückgekehrt. Wie geht es Ihnen? Gut, mein Junge. Sehr gut sogar. Wissen Sie, ich liebe diese Aussicht. Vereindruckend, nicht wahr? Natürlich. Ganz toll. Ach, ich finde sie nett. Ist doch eine Süße. Mutter, dein verlorener Sohn ist zurückgekehrt. Äh, wie bitte? Nein. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin es. Sekiri, dein verschuldener Sohn. Sie müssen mich verwechseln. Entschuldigen Sie mich bitte. Oh, die ist doch nicht so senil, wie wir dachten. Reden, ja. Wollen wir erst mal anschauen. Sie erinnert mich an meine Großmutter. So, und jetzt schauen wir uns jetzt... Ich würde sagen, wir reden jetzt erst mal mit jedem. Er scheint etwas abgelenkt zu sein. Keine Ahnung, was er da treibt. Das werden wir rausfinden. Hi. Hm? Was? Kann ich dir helfen? Hm? Hm? Aber schnell. Hm? Was treibst du denn so? Könntest du mir einen Gefallen tun? Ach, schon gut. Lass dich nicht stören. Haha, als ob wir nicht stören wollten. Was treibst du denn so? Ich? Hm? Das, das ist geheim. Geheim? Ja, ja. Ja, alles. Es wird bald geschehen. New Mexico, Sydney, New York. Ich verstehe nicht. Nein, ich auch nicht. Sie? Hat eh niemand gefragt. Sie werden sich alle wundern. Keiner wird es voraussehen. Ah, okay. Hm, hm. Sie werden sich wundern. Hm, 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 hm. Oh Gott. Könntest du mir einen Gefallen tun? Hm? Kommt darauf an, was es ist. Hm? Also, kann ich deinen Laptop haben? Meinem was? Bist du etwa ein Bulle und willst meinen Laptop beschlagnahmen? Nein, nein. Ich bin nur ein Tourist und ich dachte, ich versuche es mal. Ah, okay. Äh, sonst noch was? Nein. Dann lass mich in Ruhe. Hm. Hi. Was? Kann ich dir helfen? Hm? Hm? Ach, erstatt, ich könnte jetzt noch mal. Schade eigentlich. Gut, dann holen wir... Schauen wir uns mal hier den an. Mein Gott. Ein friedlich schlafender Fluggast. Allerdings wirkt er etwas verkrampft. Er hat die Augen doch offen. Oh, wie cool gezeichnet. Ob er etwas zu verbergen hat? Nimm. Bad. Das brauche ich nicht. Benutze. Feuerzeug mit Bad. Ach, schade. Ich dachte, das würde funktionieren. Keine Lust auf Smalltalk. Jaja, ich will aber mit dem Fluggast reden. Ein friedlich schlafender Fluggast. Hm. Jaja, das hatten wir ja schon. Oh, wie cool. Das ist einfach nur cool. Ob er etwas zu verbergen hat? Okay, weiter. Gehen wir mal hier zu dem kleinen Bayer. Schau an. Da gibt es nichts zu sehen. Ups. Wie, da gibt es nichts zu sehen. Das sieht ziemlich uninteressant aus. Wie gemein. Das sieht besonders das. Hallo, äh, Sie. Grüß dich. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Na, mein, ich habe ein Problem mit dem Magen. Wie bitte? Ich habe gestern ein Simmerknäle, ein Weißwurst, worauf ich von dem habe gesprochen. Ah, okay. Haha. Hm, was auch immer das ist. Ja, ich habe einen Knieschlatterer. Hast du mich? Einen, was? Na, einen Knieschlatterer. Oh, nee. Äh, ja, danke. Knieschlatterer. Ach, mir ist nicht gut. Mir ist nicht gut. Ach so. Warum das denn? Na, es ist halt der erste Flug von dem her. Hä? Was haben Sie? Hm. 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 Oh Gott, ist der cool. Na, was treiben Sie hier? Ich fliege zu einer Besprechung und bin nicht interessiert. Interessiert? Ja, das war doch Ihre Absicht, oder? Oh Mann. Schauen Sie, ich bin erfolgreich, habe Geld und sehe hervorragend aus. Außerdem bin ich glücklich verlobt. Ach so. Sie meinen, ich will Sie, also... Ja, natürlich. Nein. Ich wollte mich nur etwas unterhalten. Aha. Wohl eher Spaß haben, oder? Nein. Also finden Sie mich nicht attraktiv, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Aber Sie haben das angedeutet. Nein, habe ich nicht. Ach, also bin ich eine Lügnerin, oder was? Boah. Äh, ich glaube, ich gehe besser. Boah, so eine alte Trulla, ey. Was ist da denn bitte? Guten Tag. Tag. Auch in den Wolken unterwegs? Ach, der klingt nett. Ja, ich bin geschäftlich unterwegs. Und Sie? Scusi, io... Io he pensato che... Au, ja. In den Wolken? Ach, ich dachte, dies sei ein U-Boot. Ach, machen wir das hier mal. Scusi, io he pensato che pagliato italiano. Pacio Quello. Stargetti Carbonaro con pane? Was? Sie machen mir etwas vor. Äh, Pizza Funghi. Na, vergessen Sie es. Oh, Mann. Das ging ja wohl nach hinten los. Alles... Ich habe keine Lust. Oh, wieso? Da wäre noch so viel... Manu. Ähm. Cool. Einfach nur cool. Sieht aber nicht aus wie ein Italiener. Finde ich jetzt. Also. Was ist denn jetzt los? Oh, oh. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.